Wenn ihr mal einen Livestream gesehen habt, in dem eine Rakete einen Satelliten in einen Orbit gebracht hat, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht eine Rakete war, sondern gleich zwei übereinander. Oder vielleicht waren es auch drei nebeneinander mit einer vierten obendrauf. Und dann habt ihr euch vielleicht gefragt, warum? Um die Antwort auf diese Frage geht's im heutigen Video. Wir werden die Raketenformel unter die Lupe nehmen und uns einige praktische Beispiele für Stufensysteme und ihre Herausforderungen ansehen. Dabei wird es am Anfang bei der Herleitung der Raketenformel erstmal ein wenig mathematisch. Ich werde aber versuchen, diejenigen unter euch, die Mathematik am liebsten nach der Grundschule abgewählt hätten, am Ende der Herleitung wieder abzuholen. Und damit guten Tag und willkommen zu diesem Video. Bevor wir zur Raketenformel kommen, müssen wir uns zunächst einmal das physikalische Prinzip des Raketenfluges angucken. Das Rückstoßprinzip. Werfe ich als Beispiel auf einem Longboard stehend ein schweres Objekt in eine Richtung, dann rolle ich deswegen in die andere Richtung. Dabei entspricht, wenn man die Reibung vernachlässigt, das Produkt aus Objektmasse und Wurfgeschwindigkeit betragmäßig dem Produkt von meiner Masse und meiner Rollgeschwindigkeit. Die Rakete wirft natürlich nicht mit irgendwelchen Steinen durch die Gegend, sondern stößt heiße Abgase aus, die im Triebwerk bei der Reaktion eines Treibstoffes mit einem Oxidator entstehen. Daher betrachten wir in der Rückstoßgleichung auch nur einen Massepartikel des Abgasstrahls und die durch ihn ausgelöste Geschwindigkeitszunahme. Diese Differentialgleichung lösen wir, indem wir zunächst die Variablen trennen und dann beide Seiten integrieren. Auf der Masseseite setzen wir das Startgewicht und das Leergewicht in die Grenzen des Integrals ein. Auf der Geschwindigkeitsseite die Startgeschwindigkeit und die Endgeschwindigkeit. Stellen wir die Gleichung zur Endgeschwindigkeit um, erhalten wir die Raketengleichung. Wenn ihr gerade nicht so recht mitkommt, ist das nicht weiter schlimm, ich erkläre jetzt, was wir hier vorn sehen. Die Raketengleichung berechnet das Geschwindigkeitsvermögen einer Rakete in Abhängigkeit ihres Start- und Leergewichtes, sowie der Austrittsgeschwindigkeit des Abgasstrahls. Die Umlaufgeschwindigkeit in einem niedrigen Erdorbit beträgt, wie im letzten Video bereits angesprochen, 7,9 km pro Sekunde. Jedoch machen Verluste durch beispielsweise Gravitation und Luftwiderstand ein Geschwindigkeitsvermögen von bis zu 9,6 km pro Sekunde zum Erreichen dieses Orbits nötig. Setzen wir in die Raketengleichung jetzt mal konkrete Werte für eine mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff angetriebene Rakete ein, fällt auf, dass für das Erreichen dieser Geschwindigkeit ein Treibstoffmassenanteil von 96% erforderlich ist. Analog sind bei einer Rakete mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff als Treibstoffkombination 90% Treibstoffanteil erforderlich. In der Realität haben die meisten Kerosinraketen einen Treibstoffmassenanteil von etwa 90% und die meisten Wasserstoffraketen einen Anteil von etwa 86%. Selbst wenn wir durch extreme Leichtbaumaßnahmen auf das nötige Niveau kommen würden, wäre die zusätzlich transportierbare Nutzlast im Verhältnis zur Rakete so klein, sodass man zum Transport eines nur mittelgroßen Satelliten riesige Raketen brauchen würde. Wenn einstufige Raketen nicht so recht Sinn ergeben, betrachten wir also mal mehrstufige Raketen. Die Endgeschwindigkeit einer mehrstufigen Rakete erhält man durch das Addieren der Raketengleichungen der einzelnen Stufen. Dabei müssen logischerweise in den Gleichungen der unteren Stufen die Massen der darüberliegenden Stufen und der Nutzlasten berücksichtigt werden. Als praktisches Beispiel schauen wir uns mal die zweistufige Felgen-9-Rakete von SpaceX mit einem 3,68 Tonnen schweren GPS-Satelliten als Nutzlast an. Die Startmasse bei der ersten Stufe ist die Startmasse der gesamten Rakete plus Nutzlast. Die Leermasse bei der ersten Stufe setzt sich aus der leeren ersten Stufe, der vollen zweiten Stufe und der Nutzlast zusammen. Das Startgewicht bei der zweiten Stufe setzt sich aus der vollen zweiten Stufe und der Nutzlast zusammen. Das Leergewicht bei der zweiten Stufe setzt sich aus der leeren zweiten Stufe und der Nutzlast zusammen. Rechnet man das alles zusammen, erhält man ein Geschwindigkeitspotenzial von 11,38 Kilometern pro Sekunde. Genug, um den GPS-Satelliten in seinen mittelhohen Orbit zu bringen. Schaut man sich jetzt die Gleichung für die dreistufige Saturn V mit ihren beiden separaten Zwischenstufen an, dann wird das Ganze direkt deutlich unhandlicher. Wer das da mal nachvollziehen will, kann das Video an dieser Stelle gerne pausieren. Natürlich hängt die gesamte Situation dabei von dem Planeten ab, auf dem man startet. Würden wir auf einem kleineren Planeten leben, auf dem die Hälfte der Geschwindigkeit, also 5 Kilometer pro Sekunde zum Erreichen eines Orbits ausreichen würde, dann könnten wir bequem mit nur einer Stufe in den Orbit fliegen. Wäre unser Heimatplanet dagegen so schwer, dass wir 20 Kilometer pro Sekunde zum Erreichen eines Orbits aufbringen müssten, dann müssten wir für jeden nur 5 Tonnen schweren Satelliten eine Saturn V-Rakete an den Start bringen. Ich wage zu behaupten, dass wir das mit der Raumfahrt dann sein lassen würden. Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei Arten von Stufensystemen. Parallele Stufen werden nebeneinander montiert und gemeinsam gezündet, wobei die äußeren Stufen schneller verbraucht und abgetrennt werden. Serielle Stufen sind übereinander montiert und werden nacheinander gezündet. Seriell gezündete Stufen haben den Vorteil, dass die Triebwerke der oberen Stufen an die Bedingungen im Vakuum des Weltalls angepasst werden können. Idealerweise werden die Triebwerksdüsen nämlich so dimensioniert, dass der Abgasdruck am Ende der Düse dem Umgebungsdruck entspricht. Ist der Druck höher, breitet sich der Abgasstrahl in die Breite aus und verschwendet so Energie. Ist der Druck niedriger, kann sich der Abgasstrahl von der Düsenwand lösen, was im schlimmsten Fall das Triebwerk zerstören kann. Daher sind die Düsen bei Triebwerken, die im Weltall gezündet werden, deutlich größer als solche, die auf Meeresniveau gezündet werden. Ein gutes Beispiel dafür liefert die Felgen 9, deren erste Stufe von 9 auf normal 0 optimierten Merlin-Triebwerken angetrieben wird, während die zweite Stufe ein einziges auf Vakuum optimiertes Merlin-Triebwerk nutzt. Die Größe der Brennkammer ist bei beiden Versionen identisch, lediglich die Düse ist anders dimensioniert. Allerdings ist die serielle Stufung technisch schwerer umzusetzen. Das liegt daran, dass die Rakete nach dem Abschalten des Triebwerks Schwerelosigkeit erfährt, weshalb sich der Tankinhalt vom Tankboden ablösen kann, was ein sauberes Zünden der nächsten Stufe verhindert. Aus diesem Grund nutzten die ersten großen mehrstufigen Raketen parallele Stufensysteme. So bestand zum Beispiel die russische R-7, die mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten in den Orbit brachte, am Start aus einer 95 Tonnen schweren Kernstufe mit einem rund 100 Tonnen schubstarken Triebwerk, an der vier jeweils 43 Tonnen schwere Booster-Raketen mit jeweils rund 90 Tonnen Schub befestigt waren. Nach etwa zwei Minuten wurden die ausgebrannten Booster abgetrennt und bildeten dabei das nach dem Chefingenieur der R-7, Sergej Pavlovich Korolev benannte Korolevkreuz, welches auch noch bei heutigen Starts der Soyuz-Raketen zu sehen ist. Auch die Bilder, die ich gerade eben gezeigt habe, stammen von der Soyuz-Rakete, weil es aus dem Kalten Krieg nicht so viele russische Bilder gibt. Ein etwas anderes anderthalbstufiges Design verwendete die erste amerikanische Interkontinental-Rakete Atlas, die beim Start von einem 360 Kilo Newton starken sogenannten Sustainer-Triebwerk und zwei jeweils 750 Kilo Newton starken Booster-Triebwerken angetrieben wurde. Letztere wurden nach zwei Minuten Flugzeug ganz einfach abgeworfen, was die Leermasse der Rakete von sieben Tonnen auf vier Tonnen senkte. Auch dieses Design flog noch bis 2004 an mehrstufigen Weiterentwicklungen der Atlas-Rakete. Trotz der Vorteile serieller Stufensysteme findet man parallele Stufen aber auch noch in modernen Raketen. Das kann zum einen daran liegen, dass wie bei den Beispielen eben frühe Lösungen bei der schrittweisen Weiterentwicklung der Rakete immer weiter mitgeschleppt wurden. Zum anderen aber auch daran, dass sich mit gigantischen Feststoffboostern wie beim Space Shuttle oder bei der europäischen Ariane 5-Rakete relativ kostengünstig hohe Startschübe erreichen lassen. Sogenannte Common Core Booster wie die Delta IV Heavy oder die Falcon Heavy erlauben es ohne gigantische Neukonstruktionen, die Nutzlastfähigkeit der Basisrakete massiv zu erhöhen. Bei anderen Raketen liefert eine variable Anzahl kleiner Feststoffbooster eine hohe Flexibilität. Die ersten seriellen Stufensysteme umgingen die Schwierigkeiten beim Starten von Triebwerken im Freiflug, indem sie Feststoff-Raketen als Oberstufen verwendeten. Feststoff-Raketen werden mit einem pyrotechnischen Zünder an der Spitze der Rakete gezündet, was auch im Freiflug problemlos machbar ist. Ihr Schub lässt sich jedoch im Flug nicht variieren und viele Feststoff-Triebwerke können nicht aktiv durch Schwenken des Triebwerks im Flug gesteuert werden, weshalb sie durch Rotationen Drall stabilisiert werden. So starteten die USA am 31. Januar 1958 ihren ersten Satelliten Explorer 1 auf einer Jupiter-C-Rakete, bei der die Kurzstrecken-Rakete Redstone als Erststufe verwendet wurde und mit insgesamt 15 jeweils 20 Kilogramm schweren Artillerie-Raketen als Oberstufen versehen wurde. Dabei bildeten ein Ring aus elf Raketen die zweite Stufe, innerhalb der drei weitere Raketen die dritte Stufe bildeten, auf der sich eine einzelne Rakete als Viertstufe befand. Diese komplette Konstruktion wurde vor dem Start zur Rotation gebracht, damit die Rakete nicht durch die zu erwartenden Schubunterschiede der Feststoffmotoren vom Kurs abkommt. Die Jupiter-C konnte allerdings auch nur 15 Kilogramm in den Orbit bringen. Für das Zünden von Flüssigtriebwerken im Flug fanden sich mit der Zeit allerdings auch Lösungen. So können Feststofftriebwerke zur Vorbeschleunigung der Stufe genutzt werden, damit sich die Tankinhalte vor dem Zünden des Haupttriebwerks an den Tankböden sammeln. Selbstverständlich können auch andere Lagerregelungstriebwerke wie Kaltgastriebwerke, die Gas aus einem Drucktank ausstoßen oder chemische Triebwerke, die die Oberflächenspannung der Treibstoffe zum Treibstofftransport nutzen, verwendet werden. So nutzte die Saturn V beispielsweise vier an der Zwischenstufe montierte Feststoffmotoren, die jeweils etwa 200 Kilogramm wogen, um die zweite Stufe für die Zündung der 5J2-Triebwerke zu beschleunigen. Einige Sekunden nach der Zündung wurde dann auch die Zwischenstufe von der Zweitstufe abgetrennt. Eine etwas rabiatere Methode entwickelten dagegen die Russen, die bei der heißen Stufentrennung die obere Stufe zünden, noch bevor die untere Stufe abgeschaltet wurde. Dabei muss natürlich das obere Ende der unteren Stufe entsprechend hitzefest ausgelegt werden und der Zwischenstufenbereich muss gasdurchlässig als Klettstruktur gebaut werden. Auch dieses Verfahren wird noch heute in der Soyuz-Rakete bei der Zündung der dritten Stufe eingesetzt. Allerdings nutzen auch die Russen Hilfstriebwerke, wenn zum Beispiel eine Stufe nach einer längeren Freiflugphase erneut gezündet werden muss. Und auch die Amerikaner nutzten die heiße Stufentrennung bei der Titan II unter dem klangvollen Namen Fire in the Hole! Und das war's mit dem heutigen Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zum Thema Raumfahrt sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch. Vielen Dank!